hallo ich grüße euch aufgrund der aktuellen ereignisse habe ich mich entschlossen den teil 36 vorzuziehen also mit 36a jetzt weiter zu machen hat folgenden grund ihr wisst ja die veröffentlichung in der presse deuten jetzt auf große wirtschaftliche verwerfungen hin das pressesprecherin der russischen föderation hat heraus gelassen dass die russische federation für die usa eine neujahrsüberraschung vorbereitet hat kann man sich überlegen was das wohl ist ihr wisst ja dass das datum aus der erste 2016 eine besondere bedeutung hat ja die letzte zeit die verschiedenen foren verfolgt hat und auch die presseveröffentlichung weiß worum es geht also ich hatte schon im letzten video mal angedeutet es geht um die zusammenhänge der anbindung des rubels an den internationalen geldmarkt und zwar ist folgendes man denkt ja nur dass die russische regierung russischen rubel beliebiger menge herstellen kann so wie es die wirtschaftlichen erfordernisse also wirtschaftswachstum und kreditvergabe erfordert also geldmengen vergrößern wenn der kreditbedarf größer wird das wirtschaftswachstum entsprechend da ist und geldmenge verringern wenn es zu inflationen und deflationen so probleme gibt also mit der geldmenge und die die regulierung der geldmenge ist ein ganz wichtiges instrument damit es weder zu einer inflation noch zu einer deflation kommt also inflation ist das geld wird immer weniger wert und die leute hauen raus und viel geld deflation ist es eine flucht dass die leute das geld horten und nehmen ausgeben und die wirtschaftlichen sachen ins stocken geraten das führt natürlich dann dazu dass die wirtschaftlichen prozesse nicht mehr rund lassen also großer wirtschaftlicher schaden aus sicht der industriellen entsteht uns ist eine deflation gut weil es zeigt dass das volk hier wirklich die macht hat darüber zu entscheiden indem es eben nur die die wichtigen dinge ausgibt und den den betrag denn es nicht braucht eben in gold und silber anlegt damit kann man sozusagen sein sein verhältnis sein vermögen mehr weil ja gold und silber ist geld werden die papierscheine die wir als geld ansehen kein geld ist das ja die täuschung die gemacht wird früher war es ja so in den alten 1700 1800er jahren usa konnte man also geldscheine erwerben die den gegenwert in gold hatten wenn irgendwo eine goldmine war haben die also für ihre nuggets im prinzip solcher gold dollar gegenwert dollar gekriegt und die konnten an jeder bank wieder in gold eingetauscht hat also goldmünzen ja was in nuggets abgegeben haben scheine gekriegt und die scheine konnte dann bei irgendeiner bank in goldmünzen umtauschen also war ein bequemes geschäft so und president nixen hat dann sozusagen die gold bindung aufgehoben so dass man heute also mit euro zwar immer noch gold kaufen kann aber es gibt keine einlöse verpflichtung das heißt du kannst nicht mit in der währungskrise zu seiner bank gehen und sagen ja hast du ein backen papier geld gibt mir mal fünf sechs goldmünzen weil der wert von gold zum papier in schlechtem heilnis steht also die inflation folgt dazu dass man dann von der millionen immer mehr am brot gibt und damit wird sozusagen die ganze papier geldblase eingesaugt und es bleibt dann nichts mehr übrig die ganzen ersparnisse und so weiter sind dann nicht sind dann weg außer die leute die physisch gold und silver hatten der wert ändert sich auch nicht nur wenn der papier geld wert implantiert also sozusagen die papier geldmenge exponentiell steigt dann sinkt natürlich der wert des einzelnen scheins ins unermessliche also da unten und nur die sachwerte apfel bleibt ein apfel die goldmünze bleibt eine goldmünze eine kerze bleibt eine kerze und eine steckkohle bleibt steckkohle nur das verhältnis zum papier geld ändert sich und zwar in einem unguten verhältnis das ist das was man in der währungskrise passiert so und nun muss man wissen dass es eben aufgrund des verrates von gorbatschow erlaubt hat in den russischen rubel an die us-währung zu binden sodass nur so viel rubel erzeugt werden kann wie us-dollar in dem russischen wirtschaftskreisläufe gelangen sodass also die usa über den dollar die wirtschaftskreisläufe der usa kontrollieren können das ist ein eindeutiger verraten hochverrat gegenüber dem russischen volk und hundin hat dem kampf angesagt also die mehr des gorbatschow hierzu von der befreiung der da im osten gesorgt hat das ist also hat sich in zwischendurch in luft aufgelöst und die ostdeutschen sind stinksauer über dessen dass gorbatschow die frechheit besessen hat unsere grundrechte auf die bundesstaaten angehörigkeiten zu verhölbern und zwar bei den verhandlungen zur wiedervereinigung am 17.07 und dafür ist gorbatschow und kohl als verräter des folges handwerklich und putin ist es dran erstmal für sein land erstmal die wirtschaftliche basis herzustellen indem man jetzt sozusagen die inlandswährung vom euro dollar system lösen will ja da muss man sich das so vorstellen wirtschaftskraft wirtschaftskraft und hier die dollar das ist wie pferd und reiter also es ist jetzt die aufgabe im galopp das pferd und drunter zu erschießen ohne dass der reiter runter fällt und während der reiter runter fällt und ein neues pferd drunter zu schieben und zwar am lauten galopp das ist die aufgabe die jetzt sozusagen per jahreswechsel die russische zentralbank hat ja da muss ich vorstellen es ist schon schwer zu denken aber im prinzip funktioniert so es müsste sozusagen in der letzten woche der handelstätigkeit das wäre also die der zeitpunkt von sonntag 23 uhr bis zum handelsschluss irgendwann so am 31 12 nachmittag oder wahrscheinlich handelsschluss sein müssen die staatsanleihen die russland als gegenwert vom rubel halten musste auf dem markt geworfen werden und in china das gleiche kann man sich vorstellen wenn ein bestimmtes produkt in massen auf dem markt geworfen hat so dass also mehr davon da ist als die wirtschaft beziehungsweise auch der markt aufnehmen kann sinkt da werden natürlich bis ins bis ins unermessliche tiefe also gibt es einen starken abfall wenn es natürlich jetzt sagen wir mal du hast 1000 staatsanleihen bekriegst aber dann während des abverkaufs immer weniger dafür da hast du früh am morgen und um sieben anfängst das zeug auf dem markt zu haben da kriegst du vielleicht noch 95 prozent also im zehn augen wird es dann so bei 70 ein klingeln und nachmittags gegen handelsschluss bist du froh wenn du noch 60 oder 50 prozent von dem wert erlöst wo du mal ursprünglich davon bezahlt hast also ist es sozusagen dem geschickter händler liegt man nur die zukunft dort der russischen währung in den händen dass sie eben die die staatsanleihen zu auf dem markt hauen dass russland und china immer noch genug gegenwerte kriegen so eine günstige sache wäre so ich aber die die staatsanleihen die in russland und china liegen also von den usa so auf den markt hat dass man gleichzeitig öl aufkauft also andere stoff ist das das öl nicht direkt gehandelt also niemand rollt er fast in die börse rein das sind immer scheine oder bezugsscheine auf eine bestimmte menge von von bärl ist eine bestimmte menge wurde gekauft so und dann ist es so dass also die händler auch nicht den basiswert kaufen also das bärl selber sondern nur noch die handelsdifferenz also wir müssen sozusagen ein hundertstel des ölwertes bei der bank hinterlegen weil der wert schwankt nun nicht so sehr müssen aber sozusagen für kursverluste haften und die kursgewinne selber können sie sich einstecken also wenn man sich zb überlegt dass das bärl jetzt so bei 35 dollar steht und das bärl würde jetzt steigen von 35 auf 36 dann hätte da der händler sozusagen 1 us dollar verdient und würde das von 35 nach 34 fallen müsste er 1 dollar bezahlen genau und da er nur 1 dollar bezahlen kann also für 35 dollar statt einen bärl 35 bärl kaufen das darf ein bloß nicht dazu führen das enderwerb sehr runterstürzt überlegen 35 us dollar pro bärl öl sind gerade mal die herstellung von transportkosten von rotöl also wir sind jetzt sozusagen schon am unteren level angelangt wenn jetzt russland die staatsanleihen auf dem markt haut und dafür bärl beziehungsweise cfds also kontakt zur differenz kaufen würde würde der rohölpreis wieder auf den alten wert zurückkehren und der alte wert da noch bei 171 us dollar pro bärl das war bei 35 man muss euch vorstellen was das für eine spannende ist und das wird um den faktor 100 sozusagen verstärkt weil wir hatte ich gerade erklärt man muss also nur in ein prozent des des ölwertes sozusagen bei der handelsbank hinterlegen und den rest für die handelsbank dazugeben die lässt sich das natürlich auch fürstlich bezahlen man bezahlt zinsen und auch den sogenannten spread also die handelsspanne aber es hat sich eingebürgert dass die händler immer nur in ihrem markt schon also sicherheits hinterlegung hinterlegen müssen und sie können sozusagen das handel aus dem handelsgeschäft aussteigen wenn es ja gegen sie läuft wenn sie entsprechende stopps also sozusagen den markt gesetzt haben das muss ja jeder händler machen also stopp ist zum beispiel dass man sagt ich halte jetzt das bärl für 35 dollar und wenn der wert auf 34 5 fällt dann schließe ich das handelsgeschäft so dass das risiko was ich habe ein halber dollar ist pro bärl das ist schon durchaus ein guter wert wenn ich die chance habe dass das jahr nach oben geht man ist aber nicht was die russische bank macht wenn sie das wirklich so tut dass die staatsanleihen auf den markt wird und dafür öl kauft funktioniert natürlich das geschäft wunderbar indem man also sozusagen an dem anstieg des ölpreises mit durch entsprechende handelstätigkeiten an der börse mit partizipiert und das werden natürlich die analysten sehen also wenn da in der ölpreis jetzt in der nacht schon 23 uhr am sonntag öffnet er der handel also schon anfängt zu steigen da weiß man also schon dass der abverkauf der staatsanleihen losgegangen ist das sind natürlich alle beobachten ich werde also auch wieder 23 uhr live dabei sein und mir das ansehen ich weiß dass es eine lange nacht wird aber ich denke mal das ist eine sehr lehrreiche stunde für jeden der sich also mit mit dem mit dem welthandel und börsenhandel dafür interessiert und sich damit beschäftigt aber dass alle verfolgen wollen da wird es zu sehr starken verwerfungen kommen auch euro jen weil euro jen und us dollar jen hängen auch zusammen der jen aber wenig vom öl ab und da kommt es natürlich auch zur verschiebung das heißt auch die leute die nur mit währungsbaren handeln haben also dort beim euro jen beziehungsweise us dollar jen gute chancen auf große volatilität des marktes also habt ihr verstanden russland böse sozusagen mit dem abverkauf der staatsanleihen aus dem euro us dollar raum verabschieden das ist das große ziel aber sie müssen es maßvoll machen damit sie während des abverkaufs für die letzte staatsanleihe noch irgendwas kriegen wenn es kein problem ist immer von 23 uhr bis 23 uhr und fünf minuten die gesamten markten schatten ein auf markt zu haben und zu hoffen dass kenne 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 machen auf der anderen seite muss man überlegen wenn sie sehr lange hinziehen werden sie von dem rest oder ab der hälfte ihrer staatsanleihen nichts mehr kriegen also ist damit zu rechnen dass am montag oder dienstag nächste woche es zum ordentlichen abverkauf der staatsanleihen kommt was den us-präsidenten in erhebliche bredouille bringt seinen sogenannten staatsanleihen haushalt zu finanzieren so und das ist wahrscheinlich auch da das was russland mit der neujahrsüberraschung meint und vermutlich wird damit zusammenhängen dass also eine währungsreform bevorsteht dass wir den ehemaligen rubel in neue rubel umtauschen wollen der eine staatliche währung ist möglicherweise auch mit einem niedrigen oder gar keinen zinssatz und das wäre also ein neues geldsystem was ich in zusammenarbeit mit china und südafrika etabliert weil dieser handel ja jetzt schon gut die hälfte des weltmarkt geschäfts ausmacht weil china eine riesengroße wirtschaftskraft hat die dreimal größer ist als das was die usa an handel bewegt weil usa schiebt ja nur bunte zettel durch die welt wirklichen wirklichen export betreiben sie ja nicht das bitte auto was sie exportieren und es ist alles unerheblich im vergleich zum rest also exportieren haben wir sie bunte zetteln und ziehen aus aller welt die waren an also rohstoffe und produktprodukte wenn uns vorgelogen wird man müssten immer eine positive außenhandelsbilanz haben ist es weiter nichts als dass amerika bunde zettelndruck und wir unsere wertgegenstände autos und rohstoffe und auch gold und alles amerika schaffen müssen aber immer nur besatzung stehen das ist natürlich auch das land ausblutet da brauchen wir nicht lange darüber nachdenken also im prinzip müsste deutschland gar nichts exportieren es reicht und die einfach nur wirtschaftskraft am laufen halten und das ist genau das was die eu hier verhindern will dass die deutsche wirtschaft rund läuft so muss man alle eu direktiven lesen wo also rein regiert wird in klügelammen in gurken in bananen in klospielungen wo sie sich überall versuchen hier in dem deutschen recht zu etablieren obwohl sie dazu kein recht haben das muss man verstanden haben und wenn man sich dagegen wehren will muss man aber ein staat sein das problem ist dass die bundesrepublik verhindert dass der staat wieder in die handlungsfähigkeit kommt obwohl das kaiserliche notstandsrecht dem deutschen recht dann auch dem bundesrecht vorgeht also die bundesrepublik ist eigentlich durch das deutsche recht verpflichtet den verfassungsnotstand zu heilen das heißt verfassungswahlen zu machen und das kaiserliche recht wieder einzusetzen weil sie eine verwaltung der allegierten sind kein eigentlicher staat die tun sich zwar gerne als staat bezeichnen aber wenn sie von der weimarer publik ihre staatlichkeit geerbt haben also ihre angebliche legitimation und man weiß dass die weimarer blick selbst kein staat war eine handelsorganisation dann weiß man dass das alles nur luge und betrug ist und das ist jetzt im prinzip darauf hinausläuft dieses land mit ausländern zu verfluten um hier zum bürgerkrieg zu kommen und dafür das über den bürgerkrieg ein notstandsrecht zu etablieren um hier mit hilfe der eu hier rein zu regieren das ist das was merkels plan ist weil sie nicht verfolge eintritt sondern ihre eigenen interessen verfolgt und das ist die gefährliche situation die wo wir sozusagen im umbruch einer währungskrise auch gleichzeitig die gefahr eines dritten weltkrieges haben im prinzip könnte putin ganz einfach die situation klären indem man einfach hier im osten ein befehl ausgibt dass hier eine verfassungswahl stattfindet und dass er mitteldeutschland und die ostgebiete vereinigt und aus der bundesverwaltung ausgründet wird eine eigene verwaltung installiert die auf kaiserlichem notstandsrecht und kaiserlichem deutschen recht passiert und dann kann ja dort der gewählt wird die die gesetzgebung den heutigen erfordernissen anpassen das ist ja das immer wieder sagen dass das die beste lösung wenn die leute das nicht begreifen und selbst bei gita immer noch mit schwarz-rot-gold durch die kante rennen und meinen dass da eine zukunft liegt ja dann kann man den leuten eben nicht helfen dann müssen sie erst mal durch durch die euro krise sämtliches vermögen verlieren sämtliche besitzansprüche auf grund und boden haus und schulden haben ohne ende wenn sie es nicht anders lernen kann man halt nicht was soll man da machen das einzige was man machen kann ist selber von der gewissen notversorgung sorgen wenn man sich also trinkwasser her tut notnahrung also gute notnahrung sind kekse oder ziehback oder alles was im ohne kühlung hält fisch konserven was auch sehr gut geht sind so eingeschweißte brötchen die man oft backen braucht kann man auch sowas also nicht gekühlt werden muss und möglichst wenig gesüßte getränke sondern getränke die sich lange halten also mineralwasser und sorgt dafür weil es kann wie gesagt jetzt zum ende des jahres beziehungsweise die ersten drei vier wochen und neun jahr zu erheblichen wirtschaftlichen verwerfungen kommen warum wieso hatte ich erklärt also der abverkauf der staatsanleihen führt zu einem starken preisverfall und wenn die russen auf die idee kommen da um dem entgegen zu wirken gold rechte karte gold und rohöl rechte kaufen dann wird man durch genau gold und rohöl preis durch die decke gehen und das zieht dann die anderen kosten hinterher so das ist das was jetzt hier in nächster zeit erwarten und ich habe es in den anderen teilen auch immer wieder gesagt guckt euch den film an margin call der crash gibt es bei youtube noch als film guckt euch einfach mal an das problem des abverkaufs erklärt also die die verkaufen wird die haben also wird auf immobilien werde gesetzt die immobilien werde waren alle überbewertet und wenn es die leute in den zahlen dann fallen dadurch die immobilien werde in sich zusammen also es ist im prinzip die verfilmung der lehmann powers krise aus 2008 und der film erklärt das richtig also wie die leute ticken wie sie untereinander interagieren wie einer und anderen seit teufel ist und wie das ganze geld und währungssystem immer sie an dem seiten faden hängt dass wenn einer an der kette zieht es alle anderen her heißt also die sagen wir mal nicht sich auf das klassische bankgeschäft allein konzentriert haben sondern eben so ein investment banking machen guckt euch den film unbedingt an ist eines der wichtigsten filme die in der letzten zeit an der öffentlichkeit vorbei im internet noch immer noch zu haben sind also wenn uns als dvd bei amazon noch erwischt sammelt das ab ich habe jetzt auch einige filme bei amazon oder irgendwelchen versendern organisiert die aus den öffentlichen medien verschwunden sind also guckt euch mal an den film projekt x da geht es um ein paar appen die trainiert werden ein flugzeug zu steuern bei starker strahlen kann man sich überlegen warum ist der film aus dem öffentlichen verleih raus ja könnten ein paar militärs der meinung sind das volk käme dahinter dass die eine oder andere militärische brosche vielleicht doch in realität auch stattfinden könnte der zweite film der das bedrückt ist blut brander fliegende auge warum ist der film aus dem öffentlichen verlauf raus weil er im prinzip die problematik deutlich macht die wir heute haben also die überwachung und die provokation von ausständen das ist das was deutschland gerade bevor steht der nächste film daher interessant wäre es so ein genie mit fall kömer da geht es um die entwicklung eines einer laserwaffe also junge studenten beheizt werden eine laserwaffe zu bauen viel genius ist er glücklich in der originalsprache aber es gibt ihn in deutsch jetzt nur noch für exorbitante preise also man bezahlt fast 20 euro für die kassette ist auch klar weil ist nun halt ein film man könnte sagen steht quasi auf dem index wird nicht mehr gebracht so und da gibt es so einige andere filme die also aus der öffentlichen wahrnehmung raus gefallen und man kann sagen direkt verboten aber einfach nicht mehr kommen so weiterer film gab in den 60er jahren gespielt hat ist so zu den kriegen ich weiß nicht genau wo ich ihn datieren soll da geht es darum also er guckt euch denn an ich will es mir eine proberat also da macht man so eine künstliche nahrung und die am ende des filmen stellt sich raus dass es als menschlichen überresten hergestellt wird sehr interessanter film komischerweise nicht mehr am fernsehen dann gibt es noch ein film network ist der wo im prinzip die lügenpresse entlarvt wird er auch nicht mehr in öffentlichen medien kommt aber auch bei youtube noch zu haben ist guckt euch das an nutzt die fahrer darauf auch mal in geistreiche filme euch rein zu ziehen und lassen wir den ganzen hollywood dreck weg der euch nur im konsum treibt gibt dann die haufen film wie die minions zum beispiel also er geht es in den ganzen film nur darauf dass man die kinder so immer zieht vor den bösesten zu dienen also schon die die aussage die auch in dem film kommt müssen eigentlich alle warnlampen angeben lassen dass also hier schon eine umerziehung bis ins kinderzimmer geplant ist also guckt da rein was er den kindern zu weihnachten schenkt und überlegt wirklich ob das was er denen dann als bücher oder als werbeartikel oder als filme zu weihnachten schenkt ob das wirklich eine gute moral hat und die filme mit einer guten moral sind sehr dünn gesäht so das war immer die zusammenfassung da bis zur kalenderwoche 52 sollte sich morgen übermorgen noch was ergeben dann werde ich noch was nachschieben und im anschluss sagen wir schon noch was machen eine ergänzung zu den fix das in letzter zeit wieder aufgetaucht ist im altgermanismus da gibt es also auch wieder neue entwicklung wo man dann noch was sagen müsste